Hi Leute, heute zeige ich euch wieder mal ein Plugin, das Private Warp heißt. Das ist dafür da, dass sich User private Warp-Punkte erstellen können und das nur sie hin können und Admins. So, dafür klickt auf den Link, wie immer in der Beschreibung. So, dann klickt ihr hier auf Download Private Warp und ihr müsst noch Download Plugin Control Downloaden, sonst klappt es nicht. So, ich habe es schon, sind aber schon drin, drücken wir mal Start. So, nochmal Stoppe, dass der war. Stopping, ok, Plugins, da hat er sie ja schon geladen. Bei Private Warp, das sind halt nur Ordner. Also für die ganze User. Hier, auf Plugin Control, Private Warp, kann man hier noch Default, hier mit Öffner, kann man hier noch Innenstelle. Ähm, das kann man eigentlich so lassen. Und später kommt dann noch so ein Dokument, das heißt Admin. Und das kann dann halt... Pff, wie heißt's? Und da steht dann noch drin, wie viel Warp.ma erstellen kann. So, hier steht noch die ganze Permission, sieht nicht gerade mal innen dran. Ich benutze hier immer Permissions X. ähm, Member, Moment, sich mal auf da ein Bildschirm. Ähm, was ist jetzt? Okay, so, das nächste, also das... Das ist das Private Warp PWA, das kriegen Moderatoren aufwärts. Das kriegen dann... Also das nächste, das Private Warp PWA, kriegen dann die Admins, also kann man da Co-Admin scannen. Und das letzte Private Warp PWA, können dann die Admins kriegen. Speichere mal, schließe. So. Dawn. Start. Okay, und dann sind wir uns jetzt gleich in Game. So, und da bin ich auch schon in Game. Ja, also, wir können jetzt... Moment. Das können wir einmal slash pw help eingeben. Och. pw help... Ja, Moment, kurz zur Unterbrechung, hat englische Steuerung in. Das habe ich nochmal da, haben sie umgeschaltet. So, jetzt können wir mal pw help, und dann kriegen wir schon die ganze Kommandos. So, für jetzt inner Zusätze, gehen wir mal ein bisschen High River, also... Einfach mal hier hin, machen wir mal High Slash... pw... ähm... set... test... test... Also, jetzt ist, äh, der Wahrpunkt erstellt, gehen. So, jetzt sind wir, sagen wir, mal verlaufen uns irgendwo hier, ähm, Oberwald, oder irgendwo. Und mal wissen die mehr, wo es lang geht. Dann machen wir einfach slash pw, go, und dann den Namen, also Test. Test, da kommen wir direkt daraus. Also, das ist recht praktisch, finde ich mal, man kann sich, 10, ja, 10 Punkte, äh, also Wahrpunkte machen, und da kann man auch sehen, wenn man, sag ich, pw in, gibt. Dann sind wir hier, wapps, wo man bisher gemacht hat, also, in, wie ich das verstehe, innerhalb von 25 Minuten kann man sich 10 mal wappen. Und da, wer für Marsch und insgesamt hat. Oder umgekehrt. Mensch, ich mach's noch mal. Ähm, da. Oder so, irgendwie, muss ich denn... Ja. Das Wort schon eigentlich schon noch mal, äh, das, also folgt mir aufs... Äh, nicht auf Skype. Auf Twitter. Ja. Wenn ihr Plugin-Wünsche habt, der sich vorstellt, soll ich mal... Tutorial drüber machen. Schreibe mir einfach Privatnachricht. Bei YouTube oder schrei mal's auf Twitter. Also, schrei mal's lieber auf YouTube. Bis dahin. Tschüss. Schrei mal's. Schrei mal's liebe WordPress.